Am Anfang war nichts. Und dann? Die endlos expandierenden Dimensionen von Raum, Zeit und Materie entstanden. Jeden Tag werden neue erstaunliche Entdeckungen gemacht, die dazu beitragen, die unbegreiflichen Geheimnisse des Universums zu lüften. Wo leben die Marsbewohner? Auf der lebensfeindlichen Oberfläche des roten Planeten? Oder in den erst kürzlich entdeckten Wasserquellen? Haben die dortigen Lebensformen einen apokalyptischen Angriff überlebt? Sind die Marsbewohner Mikroben? Oder Monster? Begleiten Sie uns auf der Suche nach den Antworten bei unserer Mission Mars. Ich glaube daran, dass wir Menschen in die Umlaufbahn des Mars schicken und sie sicher zurück auf die Erde holen können. Eine Landung auf dem Mars wird folgen. Wenn wir auf dem Mars landen, werden uns dort vielleicht bereits Milliarden von Marsbewohnern erwarten. Nur werden sie wahrscheinlich nicht so aussehen. Oder so. Sondern so. Mikroben. Bakterien, die sich so entwickelt haben, dass sie auf einem Planeten überleben können, der weniger als ein Prozent unseres erdatmosphärischen Drucks aufweist. Eine kalte Wüste, in der die Temperaturen auf bis zu 140 Grad unter Null fallen können. Dass die Oberfläche so abstoßend ist, schließt nicht aus, dass sich etwas tiefer ein geeigneter Lebensraum für Mikroben befinden könnte. Gibt es Leben auf dem Mars? Noch vor zehn Jahren hätte ich darüber völlig anders gedacht. Wir haben sehr viel dazugelernt. Noch vor ein paar Jahrzehnten hätte man das für Science-Fiction gehalten. Aber heute wissen wir, dass es auf der Erde Bakterien gibt, die im Umfeld von Thermalquellen am Meeresgrund Kolonien bilden. Andere gedeihen in liquiden Wasserblasen unter mehr als dreieinhalb Meter dickem Antarktiseis. Wir wissen jetzt so viel mehr über die auf der Erde lebenden Mikroben, dass ich annehme, dass sich auch auf dem Mars irgendeine Art von primitiver Lebensform entwickelt hat. Oder dort existiert haben könnte. Wie könnte Leben auf dem Mars entstanden sein? Vielleicht war der Auslöser ein Blitz? Frühjahr 2006. Einige Wissenschaftler bestreiten, dass es auf dem Mars Blitze gibt. Doch auf der Erde stationierte Mikrowellendetektoren entdecken in mit Reibungselektrizität aufgeladenen roten Staubstürmen blitzartige Vorgänge. Es sind keine Blitze, wie wir sie kennen und mit Regen assoziieren. Auf dem Mars regnet es nicht. Es sind sogenannte Trockenblitze. Diese Form von statischer Elektrizität könnte die Entstehung von Leben ausgelöst haben. Die Blitze stellen eine neue Energiequelle dar, die sowohl chemische Prozesse beeinflussen, als auch die Atmosphäre und bis zu einem gewissen Grad auch die Oberfläche verändern kann. In einem berühmten Experiment, bei dem man versucht, die Entstehung des Lebens auf der Erde nachzubilden, leitet man elektrischen Strom durch eine Mischung aus Wasser und gängigen Gasen. Dabei entsteht eine Art Suppe aus organischen Verbindungen und den Bausteinen des Lebens, Aminosäuren. Indem man Dinge mit elektrischen Entladungen beschießt, erschafft man zwar nicht notwendigerweise Leben, aber vielleicht die Vorbedingungen dafür. Aber förderten die Trockenblitze auf dem Mars tatsächlich die Entstehung von Leben? Oder zerstörten sie jede Chance darauf? Die Blitze könnten zur Entstehung von Wasserstoffperoxid führen. Daraus entstehende chemische Substanzen könnten jedes organische Material zerstören und die Oberfläche sterilisieren. Lebensspendendes Starthilfekabel oder tödlicher Elektroschock? Zu der Frage, was die Sandsturmblitze wirklich auf dem Mars bewirkt haben, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. In Bezug auf den Mars ist es immer das Gleiche. Sobald wir glauben, dass wir alles verstanden haben, entdecken wir neue Dinge, die uns erkennen lassen, dass wir noch sehr viele Rätsel zu lösen haben. Wie findet man winzige Bakterien, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind und unter der Oberfläche eines Planeten leben, der zwischen 45 Millionen und 400 Millionen Kilometer von uns entfernt liegt? Die Lebensformen, die wohl am produktivsten sind, von denen man die größte Anzahl vorfinden würde, sind leider auch am schwierigsten zu finden. Wie beim Klettern mit Verbindungsseilen versuchen Forscher auf der Suche nach Leben auf dem Mars immer neue Verknüpfungen herzustellen. In der Hoffnung, dass sie in die richtige Richtung führen, werden Beobachtungen mit Schlussfolgerungen verknüpft. Laufen die Verbindungen ins Leere oder fehlen Fakten, muss man von Neuem beginnen. Es ist schwierig, direkt nach Lebensformen zu suchen. Deshalb müssen wir zuerst herausfinden, ob lebensfreundliche Bedingungen vorliegen, das heißt Orte, an denen Leben möglich ist. Und das Grundelement für Leben, wie wir es kennen, ist Wasser. Auf der Erde ist flüssiges Wasser die Voraussetzung allem Lebens, sei es auch nur ein kleiner Einschluss mitten in einem Gletscher. Man braucht Wasser in flüssiger Form, damit die Prozesse des Lebens stattfinden können. Auf den Aufnahmen der ersten Raumsonden schien der Mars nur ein toter roter Felsen zu sein. Seine dünne Atmosphäre bestand größtenteils aus Kohlendioxid. An den gefrorenen Polkappen schien das nicht anders zu sein. In den 1970er Jahren gingen wir davon aus, dass es auf dem Mars kein Wasser oder Leben geben könnte. Heute denken wir ganz anders darüber. Modernere Raumsonden konnten im 21. Jahrhundert zeigen, dass viele der früheren Informationen falsch waren. Tatsächlich bestehen die Polkappen aus enormen Mengen Wasser. So viel, wie die Great Lakes in Nordamerika fassen. Wir gehen davon aus, dass die Polkappen genug Wasser enthalten, um die gesamte Marsoberfläche mit einer bis zu 11 Meter tiefen Wasserschicht zu bedecken. Entscheidend ist aber, ob es auf dem Mars flüssiges Wasser gibt. Das ist die entscheidende Frage. Denn selbst Mikroben hätten sich auf dem Mars nur entwickeln können, wenn es dort in der Frühgeschichte des Planeten flüssiges Wasser gegeben hätte. Um flüssiges Wasser zu finden, untersuchen wir viele verschiedene Dinge. Die NASA-Sonde Mars Global Surveyor sucht von 1999 bis 2006 mithilfe eines hochempfindlichen Spektrometers nach Mineralien, die auf Wasser basieren. Jedes chemische Element hat eine spezielle Signatur, eine Art Fingerabdruck. Sobald Licht mit einem Element interagiert, strahlt das Element das Licht auf eine ganz spezifische, ihm eigene Weise wieder ab. Mithilfe dieses wieder abgegebenen Lichts kann man bestimmen, woraus ein Element besteht. Die Methode ähnelt der Art und Weise, wie das menschliche Ohr spezifische Schwingungen wahrnimmt. Manche Töne dröhnen. Andere sind nicht so laut. Ganz ähnlich analysieren Spektroskopie-Experten ihre Aufnahmen. Die Surveyor-Sonde stieß auf eine spektrografische Goldader. Hämatit. Eine Verbindung aus Eisen und Sauerstoff. Hämatit zeigt, dass der urzeitliche Mars fließende Gewässer gehabt haben könnte, weil man das Mineral auf der Erde in Umgebungen findet, die einst mit flüssigem Wasser in Kontakt kamen. Diese runden Steine aus Utah bildeten sich in Sandstein. Wasser floss durch die Poren des Gesteins und transportierte dabei Eisen, das wiederum diese kleinen Kugeln bildete. Die vom Mars sind noch etwas kleiner als die hier, aber haben sich vermutlich auf die gleiche Weise gebildet. Die Mission der Surveyor-Sonde ist vorbei. Heute machen fünf andere Sonden Fotos und nehmen Messungen am Mars vor. Die europäische Mars-Express umkreist den Äquator. Die Mars-Odyssey und die neuere Mars-Reconnaissance-Orbiter, kurz MRO der NASA, kreisen über den Polen. Zwei Roboterfahrzeuge erforschen indessen die Oberfläche und suchen in den Felsen nach Spuren. Die Spirit erkundet ein sehr felsiges, zerklüftetes und staubiges Gelände. Die Fotos des Fahrzeugs zeigen, dass es dort sehr rot und hell ist. Opportunity auf der anderen Seite des Planeten befindet sich in sehr flachem Gelände, das sehr viel dunkler ist, eher eine Art Schokoladenbraun als Rot. Im Frühjahr 2008 gesellt sich zu den fünf Sonden eine sechste hinzu. Die Phoenix Mars-Lander der NASA. 25. Mai 2008. Während Männer und Frauen auf der Erde ängstlich auf ihre Monitore schauen, beendet die Phoenix-Lander ihre neunmonatige Reise durch das All. Sie rast mit über 20.100 Stundenkilometern durch die Atmosphäre des Mars. Wir haben dem Baby beigebracht zu fliegen und ihm alles, was wir wissen, mitgegeben. Jetzt müssen wir es gehen lassen, damit es seine Arbeit machen kann. Jede Landung auf dem Mars ist unglaublich schwierig. Am chaotischsten sind die sechs oder sieben Minuten von der obersten Schicht der Atmosphäre bis zur Oberfläche. Wir nennen es die sieben Minuten des Terrors. Genau so viel Zeit hat die Phoenix, um ihre Eintrittsgeschwindigkeit von 20.100 Stundenkilometern auf 8 Stundenkilometer zu drosseln. Schafft sie das nicht, hat der Mars einen Einschlagskrater mehr. Jetzt zeigt sich, ob sich die jahrelangen Anstrengungen auszahlen. Der Fallschirm öffnet sich. Live eingefangen von der Mars-Reconnaissance-Orbitersonde. Steuerraketen drosseln den Sturzflug für eine nahezu perfekte Landung nahe dem Nordpol des Mars. Landessignal empfangen. Die Phoenix wird unter der Oberfläche nach gefrorenem Wasser suchen. Aber hat die Sonde jetzt schon mehr gefunden, als man erwartet hatte? Ein Foto von einem der Beine des Landefahrzeugs scheint etwas zu zeigen, das eigentlich nicht da sein sollte. Es gibt neue Hinweise darauf, dass es auf dem Mars einst Leben gegeben haben könnte. Mineralvorkommen zeigen, dass einst Wasser auf der Oberfläche floss. NASA-Wissenschaftler suchen an allen denkbaren Stellen des Planeten nach Hinweisen auf Wasser. Dann, im Frühjahr 2008, werden sie an einem völlig unerwarteten Ort fündig. An einem der Landebeine der Phoenix Lander, die gerade am Nordpol des Mars angekommen ist, wird etwas Seltsames entdeckt. Einige Kollegen nehmen an, dass es sich um Wassertropfen handelt, was für so eine extrem kalte Umgebung recht ungewöhnlich ist. Allerdings ist auch nicht gesagt, dass Wasser dort so vorkommt. Es könnte sehr salzig sein und hätte dadurch einen niedrigeren Schmelzpunkt und wäre stabil. Das wäre möglich. Ich kann nicht sagen, was die angeblichen Wassertropfen am Bein der Phoenix Lander nun wirklich waren. Die Wissenschaftler sind gespaltener Meinung und in den Internet-Blogs kursieren die wildesten Spekulationen. Doch letztendlich bleiben es nur Mutmaßungen. Leider sind die Aufnahmen, die wir haben, sehr unscharf, trotz höchstmöglicher Auflösung. Man möchte wirklich selbst nach da oben und ein besseres Foto davon schießen. Vielleicht werden wir diese Frage niemals klären können. Die Tropfen an dem Landebein bleiben bis heute ein Rätsel. Aber als der Roboterarm der Phoenix fünf Zentimeter unter die Oberfläche gräbt, kann er eine Prognose der Forscher bestätigen, als er auf harten, vereisten Boden trifft, der gefrorenes Wasser enthält. Anhand der Mars-Odyssee wurde vorhergesagt, dass Phoenix auf gefrorenem Boden landen würde, der mit etwas Sand bedeckt ist. Phoenix landete, prüfte es und lieferte ein weiteres Kernstück unserer Forschung, eine echte Bodenprobe. Gefrorenes Wasser hat das Phoenix-Team erwartet. Aber etwas anderes, das der Laser des Landefahrzeugs am Mars-Himmel entdeckt, überrascht sie. Schnee. Kein Kohlendioxidschnee, sondern Wasserkristalle, wie auf der Erde. Es schneit auf dem Mars, das ist wirklich toll. Phoenix sah zuerst, wie der Schnee hoch oben in der Atmosphäre entstand, wie er dann tatsächlich auf die Oberfläche fiel, sublimierte und sich wieder in Gas umwandelte, als die Sonne aufging. Das ist eines der ersten Male, dass wir den atmosphärischen Wasserzyklus an der Oberfläche wirklich sehen können. In diesem Fall von Gas zum Festkörper und vom festen Zustand zurück zum Gas. Währenddessen erforschen Roboterfahrzeuge die Gegend am Äquator. Spirit und Opportunity nutzen hochauflösende Bildgebungsverfahren und Spektrografie, um nach Hinweisen auf Mineralien und geologische Formationen zu suchen, die einst von Wasser gebildet wurden. Ein Tag im Leben eines Mars-Roboters beginnt, sobald die Sonne aufgeht und seine Solarzellen bestrahlt. Das weckt ihn auf. Um ihm zu sagen, was er tun soll, werden ihm von der Erde aus Funkkommandos geschickt. Diesmal fahr 10 Meter vorwärts, dann halte und dreh dich um 20 Grad und dann mach eine Panoramaaufnahme mit diesen Farbfiltern. Blick in diese Richtung. Am Ende des Tages kommt einer der NASA-Orbiter auf seiner Umlaufbahn über ihm vorbei, entweder der Mars Odyssey oder der Mars Reconnaissance. Der Roboter sendet die Daten des Tages an diesen Orbiter und der leitet sie weiter an die Erde. Während der Roboter schläft, gehen wir die ganzen Bilder und Daten, die er uns gesendet hat, durch. Wie lief der Tag? Hat er gemacht, was wir wollten? Hat er etwas Unerwartetes getan? Ist er irgendwie in Gefahr? Anfang 2008 signalisiert Spirit, dass es Probleme gibt. Sein rechtes Vorderrad steckt fest. Als das Phoenix-Team versucht, ihn rückwärts hinauszufahren, gräbt sich das verklemmte Rad mehrere Zentimeter tief in den Boden und stößt auf Kieselsäurehydrat. Wo finden wir auf unserem eigenen Planeten Kieselsäurehydrat? In hydrothermaler Umgebung. Und vielleicht ist das auf diesem anderen Planeten genauso. Die Aufregung über den Fund ist hauptsächlich darin begründet, dass eine Verbindung zu unserem eigenen Planeten besteht. Das ist ein Hinweis darauf, dass eine solche Umgebung vielleicht auch auf dem Mars existiert. Vielleicht perkt der Roboter gerade direkt über einem urzeitlichen Hotspot, ähnlich wie im Yellowstone Park. Es ist ein klassischer Zufallsfund, der die Frage aufwirft, ob es auf dem Mars gegenwärtig unterirdische thermale Aktivität geben könnte. Ist der Mars in seinem Inneren noch immer heiß? Definitiv. Er ist unmöglich vollständig erkaltet. Etwas von all der Hitze aus seiner Entstehungszeit, unter der er sich weiterentwickelt hat, ist noch da. Plus die Hitze von radioaktiven Elementen. Es gibt im Inneren des Mars definitiv noch genug Hitze, sodass heiße Flüssigkeiten zirkulieren können. Möglich, dass tief in der Kruste noch flüssiges Wasser gefunden werden kann. Wie zum Beispiel im Yellowstone Park gibt es überall auf der Erde gas- und mineralstoffreiche heiße Quellen, in denen verschiedenste Arten von Bakterien gedeihen. Könnten verborgene Thermalquellen auch auf dem Mars Leben hervorgebracht haben? Wir würden unheimlich gern elektromagnetische Sondierungsgeräte auf den Mars schicken, weil die uns wirklich sagen könnten, ob es irgendwo in der Kruste flüssiges Wasser gibt. Dann wüssten wir es endlich. Während das Spirit-Team sich Gedanken über die unterirdischen Geheimnisse des Mars macht, stößt das Phoenix-Team an der Oberfläche auf eine weitere Überraschung. Zwei Prozent des Bodens in der Umgebung der Phoenix bestehen aus Perchloraten, Verbindungen aus Chlor und Sauerstoff. Die Entdeckung von Perchloraten hat ziemliche Kontroversen ausgelöst, weil das auf der Erde sehr giftige Substanzen sind. Auf der Erde werden Perchlorate als Treibstoffe, Feuerwerkskörper und Raketen benutzt. Das war eine Überraschung, eine Entdeckung. Warum ist es dort? Wie bildet es sich? Perchlorate werfen gute neue Fragen auf, auf die es aber wohl keine definitiven Antworten gibt. An Orten wie der Atacama-Wüste in Chile entstehen Perchlorate auf natürliche Weise, wenn Chlor und Sauerstoff aufgrund der ultravioletten Strahlung der Sonne eine Verbindung eingehen. Auf dem Mars können ganz ähnliche chemische Prozesse auf der Oberfläche ablaufen. Die Details haben wir noch nicht mal auf der Erde verstanden, geschweige denn auf dem Mars. Perchlorate beeinträchtigen aber einige der Experimente, bei denen man nach organischen Substanzen, nach kohlenstoffbasierten Molekülen sucht, die in Lebensformen vorkommen. Einige Wissenschaftler überdenken jetzt noch einmal die berühmten Experimente der Viking-Lander-Sonde von 1976. Als die Viking 1976 auf der Oberfläche landete, fand man keinerlei Hinweise auf organische Substanzen. Eine der neuesten Theorien besagt, dass Perchlorate im Boden organische Verbindungen zersetzt haben könnten. Ironischerweise bei genau dem Verfahren, das man anwendete, um sie aufzuspüren, als man den Boden erhitzte. Perchlorate könnten organisches Material bei den Viking-Experimenten zerstört haben. Auf der Erde sind sie oft ein zentraler Giftstoff bei chemischen Abflüssen. Aber Perchlorate sind auch eine Energiequelle für bestimmte Bakterien. Und zwar Bakterien, die dazu genutzt werden, um Giftmüll zu zersetzen. In puncto Lebensformen sind das sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Während sich Mikroben von dem giftigen Boden ernähren könnten, könnte es für Menschen auf dem Mars tödlich sein. Wir wissen nicht, welchen Einfluss die Perchlorat-Verbindungen auf die Oberfläche haben. Es könnte dort ein überoxidierter Zustand herrschen, der zum Beispiel Astronautenanzüge zersetzen könnte. Eines ist sicher. Nach fünf Monaten Forschungstätigkeit ist die Phoenix-Mission durch einen Sandsturm bedroht, der über die Hochebene des Mars fegt und auf seinem Weg alles unter sich begräbt. In einem so heftigen Sturm ist die Phoenix-Lander verloren. Wenn NASA's Phoenix-Lander digs into frozen water on Mars, it finds new evidence that the red planet could once have harbored life. But in the autumn of 2008, Phoenix's own life is about to end. Roter Sand bedeckt die Solarzellenplatten der Phoenix. Das Sonnenlicht, ihre einzige Energiequelle, kommt nicht mehr durch. Die Phoenix-Lander verbringt sehr viel Zeit damit, ihre Batterien wieder aufzuladen. Nachts wird es sehr kalt und sie muss die Heizgeräte durchlaufen lassen, um weiter zu funktionieren. Am 2. November 2008 fährt die Phoenix zum letzten Mal ihr System herunter. Als der marsianische Winter immer härter wird, sammelt sich auf der Sonde gefrorenes Kohlendioxid an und schließt sie in ein Grab aus Trockeneis ein. Doch die gewonnenen Daten der Phoenix werden weiterhin analysiert. Zum Mars zu fliegen und dort Messungen an der Oberfläche vorzunehmen, detaillierte Daten über die Geschichte des Mars und die chemische Zusammensetzung der Oberfläche zu bekommen, war ein entscheidender Teil, um mit Sicherheit sagen zu können, dass einmal Wasser auf dem Mars existiert hat. Wasser ist eine Grundvoraussetzung des Lebens, aber laut jüngster Erkenntnisse nur eine von vielen Kräften, die den Mars geformt haben. Unser Wissen ist wie ein Footballspiel mit vier Spielzeiten. Der erste Lebensabschnitt vor 4,6 Milliarden bis 3,2 Milliarden Jahren ist turbulent. Wie die anderen Planeten formt sich Mars, als sich Gaswolken und Trümmer verbinden und dann zu einem felsigen Planeten abkühlen. Dann wird der Mars bombardiert und seine Oberfläche von Meteoriten gezeichnet. Viele Krater bildeten sich. Die gegen Ende dieser Periode entstandenen geologischen Besonderheiten deuten auf Wasser auf der Oberfläche hin. Zu den neuen Hinweisen gehört auch diese Reihe von Ausfurchungen, die 2009 vom Mars Reconnaissance Orbiter der NASA fotografiert wurden. Zum ersten Mal hat man eindeutig Formationen eines Seeufers auf dem Mars entdeckt. Dies sind die Überreste eines Sees, der mehr als doppelt so groß wie der Bodensee war. Jeder Hinweis, dass es Wasser auf dem Mars gibt oder in seiner Geschichte gegeben hat, ist wichtig, um herauszufinden, ob wir wirklich allein im Universum sind. Manche Wissenschaftler sagen sogar, dass vor dreieinhalb Milliarden Jahren ein Ozean so groß wie der Atlantik ein Drittel des Mars bedeckte. Mit ausreichend Zeit und genug Wasser ist vielleicht auch Leben auf dem Mars entstanden. Als das erste Viertel der Marsgeschichte endet, beginnt das zweite mit einem Knall. Vulkane gestalten den Planeten um. Es gab viele vulkanische Aktivitäten. Olympus Mons ist der größte Vulkan unseres Sonnensystems, also wissen wir, dass es dort in der Vergangenheit große Vulkane gab. Der Mars ist mit schwarzem vulkanischem Basalt bedeckt. Ähnlich dem Basalt, den man in der Umgebung hawaiianischer Vulkane findet. Chemische Stoffe wie Schwefel, die von den Vulkanen freigesetzt wurden, vermischten sich mit dem restlichen Wasser. Das Ergebnis war säurehaltig, wie der saure Regen auf der Erde. Gleichzeitig scheint die Atmosphäre geschrumpft und das Wasser an der Oberfläche verschwunden zu sein. Der Verlust von Atmosphäre bedeutete, dass flüssiges Wasser auf der Oberfläche des Mars nicht länger existieren konnte. Unsere Gewässer auf der Erdoberfläche existieren nur, weil der atmosphärische Druck von oben dagegen drückt. Alles Wasser auf dem Mars verdampft oder gefriert. Im dritten Viertel seiner Geschichte beginnt sich der Mars vermutlich durch Eisenoxid rot zu färben. Rost im Sand. Nimmt man frisches Vulkangestein auf Hawaii oder Island und lässt es in der Erdatmosphäre liegen, verfärbt es sich mit der Zeit rot oder braun. Es oxidiert. Das gleiche könnte auf dem Mars geschehen sein. Im letzten Viertel seiner Geschichte fällt der Mars in einen tiefen Kälteschlaf. Es beginnen sich große Gletscher zu formen, die neue Muster in die Becken und Krater graben. Vom nassen, warmen Planeten zur kalten, trockenen Welt. Das ist die Geschichte des Mars in Kurzform, laut der jüngsten Erkenntnisse. Er hatte eine dickere Atmosphäre, Wasser, vielleicht Regen, Schnee. Er hatte all die Sachen, die uns vertraut sind. Es ist faszinierend, dass wir mit diesen Missionen in die Vergangenheit reisen und einen frühen, erdähnlichen Mars studieren können, der heute verschwunden ist. Für einstige Wasservorkommen gibt es überzeugende Anhaltspunkte. Aber dieses Satellitenbild von 2009 scheint etwas zu zeigen, das eigentlich unmöglich ist. Flüssiges Wasser, das über die Oberfläche strömt. Es könnte sein, dass Wasser, das bisher unterirdisch vorkam oder gefroren war, plötzlich hervorströmt und die Hänge der Krater hinabfließt. Diese Bilder von den Wasserläufen zu sehen, war eines der aufregendsten Ereignisse des letzten Jahrzehnts. Als ich aufwuchs, wurde mir beigebracht, dass es heutzutage auf dem Mars unmöglich stabile, flüssige Wasservorkommen geben könnte. Diese Bilder widersprechen also jeglicher physikalischen Logik. Das ist unglaublich spannend. Anfangs vermutete man, dass es schmelzendes Eis war oder dass eine wassertragende Schicht an die Oberfläche kam. Heute gibt es eine ganze Reihe verschiedener Theorien. Einer neueren Studie zufolge könnte es durch Kohlendioxid verursacht worden sein. Das Trockeneis geht in den gasförmigen Zustand über, was wiederum den Sand gleitfähig macht, sodass er anfängt zu fließen. Aber offengesagt, die Forschung dazu ist noch in vollem Gange. Einige davon konnten als Sandströme identifiziert werden. Ich hoffe nicht alle, sondern dass einige tatsächlich Wasser sind. Von urzeitlichen Ozeanen zu gegenwärtigen Wasserläufen. Die Suche nach Wasser und Leben auf dem Mars ist noch lange nicht zu Ende. Es ist eine Suche, die wie der Pfad eines Kletterers auf einer unbekannten Route voller Fehlstarts und unerwarteter Umwege ist. Und was passierte, als dieses Foto, aufgenommen unweit vom Marsäquator, viele Menschen an das hier erinnert? Könnte es auf dem Mars einst Leben gegeben haben? Mineralische Hinweise, gesammelt von Sonden wie der Spirit, sind ermutigend. Aber sie können auch völlig überinterpretiert werden. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu weit von dem entfernen, was die gegenwärtigen Daten, Experimente und Hypothesen stützen können. Aber den Menschen fällt es schwer, diese Grenze nicht zu überschreiten. 2008 zogen tausende Menschen eine unglaubliche Schlussfolgerung, als ein Foto, das die NASA-Sonde Spirit aufgenommen hatte, sich wie ein Lauffeuer im Internet verbreitete. Erinnert diese Gestalt nicht verblüffend an die, welche auf den angeblichen Fotos von Bigfoot zu sehen ist? Ist das ein Beweis für Leben auf dem Mars? Nein, es ist ein gut fünf Zentimeter großer Stein. Es existieren bisher keine eindeutigen Beweise, dass es auf dem Mars jemals Leben gab. Genau wie die Kanäle des 19. Jahrhunderts und das Gesicht des 20. Jahrhunderts, ist der marsianische Bigfoot des 21. Jahrhunderts nur eine optische Täuschung. Manchmal können die Leute nicht zwischen Fakten und Science-Fiction unterscheiden. Falls es auf dem Mars Leben gibt oder gab, hat es sich wahrscheinlich sehr früh in der Geschichte des Planeten entwickelt, als der Mars noch ein Magnetfeld hatte, das ihn vor der schädlichen Weltraumstrahlung schützte. Das Gestein seiner Kruste hat uns verraten, dass der Mars früher ein Magnetfeld hatte. Bei der Verhärtung dieses Gesteins schloss ein großer Teil davon Magnetfelder in sich ein. 2008 entdeckte man, dass diese magnetischen Felsen, die es überall auf dem roten Planeten gibt, dem Mars seine eigene Version der irdischen Nordlichter verschaffen. Für das menschliche Auge sind sie allerdings nicht sichtbar. Wenn geladene Partikel der Sonne in die Magnetfeldlinien der Erde geraten und in die Atmosphäre schießen, kommt es in eher zu einem Energieanstieg, wodurch sie anfängt zu glühen. Die europäische Sonde Mars Express hat jüngst ein Polarlicht auf dem Mars entdeckt. Dort strömen geladene Teilchen entlang der magnetischen Feldlinien, die von der magnetisierten Kruste hervorgerufen wurden. Doch wie konnte der Mars sein Magnetfeld verlieren? Eine Theorie besagt, dass vor etwas weniger als vier Milliarden Jahren, als der Mars abkühlte, sein Kern aus geschmolzenem Eisen erstarrte und aufhörte sich zu drehen. Die Bewegungen im Kern waren nicht ausreichend, um elektrischen Strom zu erzeugen, der ein Magnetfeld produzieren kann. Eine weitere Hypothese basiert auf schnelleren und weitaus gewaltsameren Vorgängen. Eine jüngere, sehr umstrittene These besagt, dass der Mars einen oder mehrere ziemlich große Monde hatte, die eigentlich eingefangene Trabanten waren. Diese Monde erhitzten über die Gezeiten das Innere, sodass der Kern geschmolzen blieb, wodurch wiederum Strom erzeugt wurde, der ein Magnetfeld produzierte. Diese Monde könnten eine halbe Milliarde Jahre nach Entstehung des Mars auf den Planeten gestürzt sein, wodurch sie das Magnetfeld zerstört hätten. Die meisten Wissenschaftler halten diese Theorie nicht für schlüssig. Könnten Trabanten, die groß genug wären, um solchen Schaden anzurichten, überhaupt genug Trägheitsenergie verlieren, um eingefangen zu werden? Die These, dass der Mars Monde hatte, die innerhalb der ersten halben Milliarde Jahre auf ihn stürzten, ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist nicht völlig unmöglich. Die Fragen nach dem Magnetfeld des Mars und die Suche nach Lebensformen kreuzen sich hier. In dem Marsmeteoriten ALH 84001. 1996 wird zwischen Wissenschaftlern eine Diskussion entfacht, ob der Meteorit fossile Marsmikroben oder doch nur nichtbiologische Objekte enthält. Seit damals untersuchen die Forscher immer wieder diesen bescheidenen Meteoriten, der die Größe einer Kartoffel hat. Und ziehen dabei immer mehr Informationen aus ihm heraus. Erst kürzlich gab es einige neue Ergebnisse. Im April 2010 geben Forscher nach Untersuchungen mit neuen radiometrischen Instrumenten bekannt, dass die früheren Schätzungen über das Alter des Meteoriten falsch sind. Er ist in Wahrheit etwa eine halbe Milliarde Jahre jünger als wir dachten. Das ältere Datum hatte den Stein einer Zeit zugeordnet, als der Mars noch dabei war, sich zu verfestigen. Das wäre vermutlich selbst für die Entwicklung von Mikroben zu früh. Laut der neuen Datierung ist der Meteorit aber nur knapp unter 4,1 Milliarden Jahre alt. Hinsichtlich der Theorie, dass der Mars Lebensraum bieten konnte, ist das ein plausibler Zeitraum. Wir vermuten, dass damals Wasser auf der Oberfläche floss, wärmere Temperaturen herrschten und es eine dicke Atmosphäre gab. Aber wie kann ein Meteorit vom Mars überhaupt auf der Erde landen? Diese Frage stellt eine Zuschauerin. Sie schreibt, Was führt dazu, dass sich ein Teil eines Planeten ablöst und auf einem anderen landet? Eine gute Frage. Wir haben hier auf der Erde tatsächlich schon etwa 50 Meteoriten gefunden, die zweifellos vom Mars stammen. Wir erklären es uns so, dass von Zeit zu Zeit Asteroiden auf dem Mars einschlagen und dadurch Felsbrocken in den Weltraum geschleudert werden. Diese werden dann von der Schwerkraft der Erde angezogen und landen schließlich dort, wo wir sie finden. Auf diese Weise können wir hier auf der Erde Stücke vom Mars untersuchen. 2010 gibt die NASA bekannt, dass man bei ALH 84001 dank neuester Elektronenmikroskopie auf neue Details gestoßen sei. Eisenoxid-Kristalle bzw. Magnetit. Dieses Mineral hat ein eigenes Magnetfeld und kann auf der Erde durch spezielle Bakterien, die in den Ozeanen leben, produziert werden. Die Bakterien hier auf der Erde haben einen Weg gefunden, diese Magnetit-Kristalle in ihren Körpern wachsen zu lassen. Mit ihrer Hilfe können sie sich am Magnetfeld der Erde orientieren, während sie im Ozean herumschwimmen und Nahrung suchen. Sind diese Kristalle fossiles Magnetit, das von marsianischen Bakterien produziert wurde, um ihnen bei der Jagd in einem urzeitlichen Ozean zu helfen, als der Mars noch ein Magnetfeld hatte? Wenn es Fossilien sind, würde das zeigen, dass der frühe Mars ziemlich hochentwickelte Lebensformen hatte. Darüber wird noch immer gestritten. Vor uns liegen noch unzählige wissenschaftliche Forschungen und Debatten über die Mars-Meteoriten, sowie die Frage, ob es in ihnen irgendwelche Hinweise früherer Lebensformen gibt. Der jüngste und überzeugendste Hinweis auf Leben auf diesem Planeten findet sich nicht in einem urzeitlichen Meteoriten, sondern auf dem heutigen Mars. Er ist allerdings unsichtbar. Forscher, die nach Leben auf dem Mars suchen, haben sich jahrelang am Wasser orientiert. Aber es könnte etwas anderes geben, das vielversprechendere Ergebnisse liefert. Zwischen 1999 und 2009 stößt man bei spektrografischen Observationen des Mars auf eine Verbindung aus Kohlenstoff und Wasserstoff, genannt Methangas. Das Methangas in der Atmosphäre des Mars war eine echte Überraschung. Während des marsianischen Sommers scheinen aus einigen Stellen Wolken von Methangas auszutreten. Das Merkwürdige ist, dass es auf dem Mars eigentlich gar kein Methan geben dürfte. Das Vorkommen von Methan auf dem Mars ist ziemlich mysteriös, da es eigentlich zerfällt. Auf der Erde zerfällt das instabile Methanmolekül nach etwa 300 Jahren. Auf dem Mars zerfällt es aufgrund der hohen Dosen ultravioletter Strahlung und vielleicht auch wegen der kürzlich entdeckten Trockenblitze in der dünnen, staubigen Atmosphäre, bereits nach wenigen Monaten. Irgendetwas muss also offensichtlich für Nachschub sorgen. Das Methan zerfällt und dann entsteht wieder Neues. Woher kommt das Methan auf dem Mars? Auf der Erde produzieren Vulkane riesige Mengen dieses Gases. Der Mars beherbergt den Olympus Mons, den größten Vulkan unseres Sonnensystems. Doch der ist seit Millionen von Jahren nicht ausgebrochen. Was könnte noch die Ursache sein? Methan kann unterirdisch produziert werden, wenn Basaltgestein in ein Mineral namens Serpentin umgewandelt wird. Methan tritt dann durch den Boden aus und gelangt so in die Atmosphäre. Aber dieser Prozess erfordert heißes, flüssiges Wasser, das man bisher weder auf der Oberfläche noch im Inneren des Planeten finden konnte. Es könnte aktive Vulkane auf dem Mars geben, von denen wir aber nichts wissen. Das wäre interessant. Es könnten auch unterirdische ablaufende chemische Prozesse mit flüssigem Wasser sein. Oder es könnte biologische Ursachen haben. Auf der Erde stammen 90 Prozent des Methans von Bakterien in Tieren und Pflanzen. Stammt das marzianische Methan vielleicht von unterirdischen Bakterienkolonien? Die Entdeckung von Methan auf dem Mars führte zu Schlagzeilen, dass wir jetzt definitiv Beweise für Leben auf dem roten Planeten gefunden hätten. Diverse Chatrooms im Internet befassten sich ausschließlich mit Debatten über mögliche Lebensformen. Die Entdeckung von Methan ist zwar interessant, doch sie bedeutet keineswegs, dass wir irgendwelche Wesen gefunden haben, die auf dem Mars herumlaufen. Das Methan weist auf irgendetwas hin und vielleicht handelt es sich dabei um eine Lebensform. Die Suche nach dem Ursprung des Mars-Methans hat für die Forscher oberste Priorität und steht bereits auf der Aufgabenliste des nächsten Landefahrzeugs, das zum Mars geschickt wird. Hinter mir sehen wir eine Testversion des Mars Science Laboratory Landefahrzeugs. Diese Sonde wird auf dem Mars Methanmessungen vornehmen. Sobald es dort gelandet ist, werden wir eine Antwort haben. Das Mars Science Laboratory mit dem Spitznamen Curiosity wird im Herbst 2011 starten und 2012 auf dem Mars landen. Es hat die Größe eines Kleinwagens und wird eine faszinierende neue Landungstechnik nutzen, den Skycrane. Gut 18 Meter über dem Boden wird das Landefahrzeug von der Landestufe abgetrennt und an Winden, dem sogenannten Geschirr, langsam auf den Boden herabgelassen. Sobald die Landestufe das Signal bekommt, dass die Räder des Fahrzeugs den Boden berühren, kappt sie diese Kabel, fliegt davon und zerschellt in sicherer Entfernung. Und das Fahrzeug kann in aller Ruhe damit beginnen, seine Arbeit zu machen. Auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien wird das für eine Skycrane-Landung essentielle Hochfrequenzradar auf einen Helikopter montiert, um einen Testlauf zu starten. Wir führen Simulationen und Analysen durch, um alle erdenklichen Möglichkeiten zu testen. Dazu zählen verschiedene Landeanflugswinkel oder die Lagestabilität des Fahrschirms. Während des Eintritts, des Anflugs und der Landung sagt uns das Radar, wo genau der Boden ist und wie schnell wir sind. Diese Informationen werden vom Kontrollsystem genutzt, um die Schubtriebwerke zu steuern und sicherzustellen, dass wir eine schöne, sanfte Landung hinbekommen. Einige Teile testen wir hier, andere dort. Der erste wahre Test erfolgt aber erst auf dem Mars. Die wichtigste Aufgabe des Mars Science Laboratory ist es, nach Anzeichen urzeitlicher Lebensräume zu suchen. Deshalb wird sich das Landefahrzeug in Bereiche begeben, die in der Vergangenheit unter Wasser lagen und vielleicht organische Substanzen eingeschlossen haben. Wenn wir solche Schichten finden, können wir zu diesem Gestein hinfahren, hineinbohren und Materialproben entnehmen. Das sagt uns dann sehr präzise, woraus das Gestein besteht und ob es organische Verbindungen enthält. Das Mars Science Laboratory wird ein weiteres Glied in der langen Kette von Forschungsbemühungen sein, um den hellen roten Punkt am dunklen Nachthimmel zu verstehen. Alle bisher gefundenen Hinweise lassen nur eine Schlussfolgerung zu. Wir brauchen mehr Beweise. Wir wissen nicht, wie das Magnetfeld verloren ging und die Atmosphäre verschwand. Wir wissen nicht, wo all das Wasser abgeblieben ist. Wir wissen nicht, ob das Methan von Lebensformen produziert wird oder nur durch gewöhnliche abiotische chemische Reaktionen entsteht. Vielleicht werden die Fragen, die das 19. und 20. Jahrhundert noch vor Rätsel stellten, im 21. Jahrhundert endlich beantwortet werden. Ich habe fünf andere Marsforscher gefragt, wie hoch ihrer Meinung nach die Chance ist, dass auf dem Mars jemals Leben entstanden ist. Vier von uns meinten, dass es eine mehr als 90-prozentige Chance gibt, dass es auf dem Mars irgendwann Leben gab oder vielleicht sogar jetzt gibt. Zwei von uns meinten, dass sie unter 15 Prozent liegt. Die nächste Frage war, wenn sie meinen, dass die Chance unter 15 Prozent liegt, lohnt es sich dann wirklich, danach zu suchen? Sie antworteten sofort, natürlich. Ich glaube nicht, dass Landefahrzeuge und Raumsonden auf dem Mars Leben finden werden. Meiner Meinung nach braucht man dafür Menschen. Und ich glaube, dass eines Tages Menschen auf dem Mars landen werden. Sie werden dort graben, bohren und sich von ihrer Intuition leiten lassen. So werden sie die Teile dieses sehr komplizierten Puzzles zusammensetzen. Ich bin optimistisch, dass wir Hinweise auf vergangene oder gegenwärtige Lebensformen finden werden. Am Anfang war nichts. Und dann? Die endlos expandierenden Dimensionen von Raum, Zeit und Materie entstanden. Jeden Tag werden neue, erstaunliche Entdeckungen gemacht, die dazu beitragen, die unbegreiflichen Geheimnisse des Universums zu lüften. Wo leben die Marsbewohner? Auf der lebensfeindlichen Oberfläche des roten Planeten? Oder in den erst kürzlich entdeckten Wasserquellen? Haben die dortigen Lebensformen einen apokalyptischen Angriff überlebt? Sind die Marsbewohner Mikroben? Oder Monster? Begleiten Sie uns auf der Suche nach den Antworten bei unserer Mission Mars. Ich glaube daran, dass wir Menschen in die Umlaufbahn des Mars schicken und sie sicher zurück auf die Erde holen können. Eine Landung auf dem Mars wird folgen. Wenn wir auf dem Mars landen, werden uns dort vielleicht bereits Milliarden von Marsbewohnern erwarten. Nur werden sie wahrscheinlich nicht so aussehen. Oder so. Sondern so. Mikroben. Bakterien, die sich so entwickelt haben, dass sie auf einem Planeten überleben können, der weniger als ein Prozent unseres erdatmosphärischen Drucks aufweist. Eine kalte Wüste, in der die Temperaturen auf bis zu 140 Grad unter Null fallen können. Dass die Oberfläche so abstoßend ist, schließt nicht aus, dass sich etwas tiefer ein geeigneter Lebensraum für Mikroben befinden könnte. Gibt es Leben auf dem Mars? Noch vor zehn Jahren hätte ich darüber völlig anders gedacht. Wir haben sehr viel dazugelernt. Noch vor ein paar Jahrzehnten hätte man das für Science Fiction gehalten. Aber heute wissen wir, dass es auf der Erde Bakterien gibt, die im Umfeld von Thermalquellen am Meeresgrund Kolonien bilden. Andere gedeihen in liquiden Wasserblasen unter mehr als dreieinhalb Meter dickem Antarktiseis. Wir wissen jetzt so viel mehr über die auf der Erde lebenden Mikroben, dass ich annehme, dass sich auch auf dem Mars irgendeine Art von primitiver Lebensform entwickelt hat oder dort existiert haben könnte. Wie könnte Leben auf dem Mars entstanden sein? Vielleicht war der Auslöser ein Blitz? Frühjahr 2006. Einige Wissenschaftler bestreiten, dass es auf dem Mars Blitze gibt. Doch auf der Erde stationierte Mikrowellendetektoren entdecken in mit Reibungselektrizität aufgeladenen roten Staubstürmen blitzartige Vorgänge. Es sind keine Blitze, wie wir sie kennen und mit Regen assoziieren. Auf dem Mars regnet es nicht. Es sind sogenannte Trockenblitze. Diese Form von statischer Elektrizität könnte die Entstehung von Leben ausgelöst haben. Die Blitze stellen eine neue Energiequelle dar, die sowohl chemische Prozesse beeinflussen, als auch die Atmosphäre und bis zu einem gewissen Grad auch die Oberfläche verändern kann. In einem berühmten Experiment, bei dem man versucht, die Entstehung des Lebens auf der Erde nachzubilden, leitet man elektrischen Strom durch eine Mischung aus Wasser und gängigen Gasen. Dabei entsteht eine Art Suppe aus organischen Verbindungen und den Bausteinen des Lebens, Aminosäuren. Indem man Dinge mit elektrischen Entladungen beschießt, erschafft man zwar nicht notwendigerweise Leben, aber vielleicht die Vorbedingungen dafür. Aber förderten die Trockenblitze auf dem Mars tatsächlich die Entstehung von Leben? Oder zerstörten sie jede Chance darauf? Die Blitze könnten zur Entstehung von Wasserstoffperoxid führen. Daraus entstehende chemische Substanzen könnten jedes organische Material zerstören und die Oberfläche sterilisieren. Lebensspendendes Starthilfekabel oder tödlicher Elektroschock. Zu der Frage, was die Sandsturmblitze wirklich auf dem Mars bewirkt haben, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. In Bezug auf den Mars ist es immer das Gleiche. Sobald wir glauben, dass wir alles verstanden haben, entdecken wir neue Dinge, die uns erkennen lassen, dass wir noch sehr viele Rätsel zu lösen haben. Wie findet man winzige Bakterien, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind und unter der Oberfläche eines Planeten leben, der zwischen 45 Millionen und 400 Millionen Kilometer von uns entfernt liegt? Die Lebensformen, die wohl am produktivsten sind, von denen man die größte Anzahl vorfinden würde, sind leider auch am schwierigsten zu finden. Wie beim Klettern mit Verbindungsseilen versuchen Forscher auf der Suche nach Leben auf dem Mars, immer neue Verknüpfungen herzustellen. In der Hoffnung, dass sie in die richtige Richtung führen, werden Beobachtungen mit Schlussfolgerungen verknüpft. Laufen die Verbindungen ins Leere oder fehlen Fakten, muss man von Neuem beginnen. Es ist schwierig, direkt nach Lebensformen zu suchen. Deshalb müssen wir zuerst herausfinden, ob lebensfreundliche Bedingungen vorliegen, das heißt Orte, an denen Leben möglich ist. Und das Grundelement für Leben, wie wir es kennen, ist Wasser. Auf der Erde ist flüssiges Wasser die Voraussetzung allem Lebens, sei es auch nur ein kleiner Einschluss mitten in einem Gletscher. Man braucht Wasser in flüssiger Form, damit die Prozesse des Lebens stattfinden können. Auf den Aufnahmen der ersten Raumsonden schien der Mars nur ein toter roter Felsen zu sein. Seine dünne Atmosphäre bestand größtenteils aus Kohlendioxid. An den gefrorenen Polkappen schien das nicht anders zu sein. In den 1970er Jahren gingen wir davon aus, dass es auf dem Mars kein Wasser oder Leben geben könnte. Heute denken wir ganz anders darüber. Modernere Raumsonden konnten im 21. Jahrhundert zeigen, dass viele der früheren Informationen falsch waren. Tatsächlich bestehen die Polkappen aus enormen Mengen Wasser. So viel, wie die Great Lakes in Nordamerika fassen. Wir gehen davon aus, dass die Polkappen genug Wasser enthalten, um die gesamte Marsoberfläche mit einer bis zu 11 Meter tiefen Wasserschicht zu bedecken. Entscheidend ist aber, ob es auf dem Mars flüssiges Wasser gibt. Das ist die entscheidende Frage. Denn selbst Mikroben hätten sich auf dem Mars nur entwickeln können, wenn es dort in der Frühgeschichte des Planeten flüssiges Wasser gegeben hätte. Um flüssiges Wasser zu finden, untersuchen wir viele verschiedene Dinge. Die NASA-Sonde Mars Global Surveyor sucht von 1999 bis 2006 mit Hilfe eines hochempfindlichen Spektrometers nach Mineralien, die auf Wasser basieren. Jedes chemische Element hat eine spezielle Signatur, eine Art Fingerabdruck. Sobald Licht mit einem Element interagiert, strahlt das Element das Licht auf eine ganz spezifische, ihm eigene Weise wieder ab. Mithilfe dieses wieder abgegebenen Lichts kann man bestimmen, woraus ein Element besteht. Die Methode ähnelt der Art und Weise, wie das menschliche Ohr spezifische Schwingungen wahrnimmt. Manche Töne dröhnen. Andere sind nicht so laut. Ganz ähnlich analysieren Spektroskopie-Experten ihre Aufnahmen. Die Surveyor-Sonde stieß auf eine spektrografische Goldader. Hämatit. Eine Verbindung aus Eisen und Sauerstoff. Hämatit zeigt, dass der urzeitliche Mars fließende Gewässer gehabt haben könnte, weil man das Mineral auf der Erde in Umgebungen findet, die einst mit flüssigem Wasser in Kontakt kamen. Diese runden Steine aus Utah bildeten sich in Sandstein. Wasser floss durch die Poren des Gesteins und transportierte dabei Eisen, das wiederum diese kleinen Kugeln bildete. Die vom Mars sind noch etwas kleiner als die hier, aber haben sich vermutlich auf die gleiche Weise gebildet. Die Mission der Surveyor-Sonde ist vorbei. Heute machen fünf andere Sonden Fotos und nehmen Messungen am Mars vor. Die europäische Mars-Express umkreist den Äquator. Die Mars-Odyssey und die neuere Mars-Reconnaissance Orbiter, kurz MRO der NASA, kreisen über den Polen. Zwei Roboterfahrzeuge erforschen indessen die Oberfläche und suchen in den Felsen nach Spuren ehemaliger Wasservorkommen. Die Spirit erkundet ein sehr felsiges, zerklüftetes und staubiges Gelände. Die Fotos des Fahrzeugs zeigen, dass es dort sehr rot und hell ist. Opportunity auf der anderen Seite des Planeten befindet sich in sehr flachem Gelände, das hier viel dunkler ist, hier eine Art Schokoladenbraun als Rot. Im Frühjahr 2008 gesellt sich zu den fünf Sonden eine sechste hinzu. Die Phoenix Mars Lander der NASA. 25. Mai 2008. Während Männer und Frauen auf der Erde ängstlich auf ihre Monitore schauen, beendet die Phoenix Lander ihre neunmonatige Reise durch das All. Sie rast mit über 20.100 Stundenkilometern durch die Atmosphäre des Mars. Wir haben dem Baby beigebracht zu fliegen und ihm alles, was wir wissen, mitgegeben. Jetzt müssen wir es gehen lassen, damit es seine Arbeit machen kann. Jede Landung auf dem Mars ist unglaublich schwierig. Am chaotischsten sind die sechs oder sieben Minuten von der obersten Schicht der Atmosphäre bis zur Oberfläche. Wir nennen es die sieben Minuten des Terrors. Genau so viel Zeit hat die Phoenix, um ihre Eintrittsgeschwindigkeit von 20.100 Stundenkilometern auf 8 Stundenkilometer zu drosseln. Schafft sie das nicht, hat der Mars einen Einschlagskrater mehr. Jetzt zeigt sich, ob sich die jahrelangen Anstrengungen auszahlen. Der Fallschirm öffnet sich. Live eingefangen von der Mars Reconnaissance Orbiter-Sonne. Steuerraketen drosseln den Sturzflug für eine nahezu perfekte Landung nahe dem Nordpol des Mars. Landessignal empfangen! Die Phoenix wird unter der Oberfläche nach gefrorenem Wasser suchen. Aber hat die Sonde jetzt schon mehr gefunden, als man erwartet hatte? Ein Foto von einem der Beine des Landefahrzeugs scheint etwas zu zeigen, das eigentlich nicht da sein sollte. Es gibt neue Hinweise darauf, dass es auf dem Mars einst Leben gegeben haben könnte. Mineralvorkommen zeigen, dass einst Wasser auf der Oberfläche floss. NASA-Wissenschaftler suchen an allen denkbaren Stellen des Planeten nach Hinweisen auf Wasser. Dann, im Frühjahr 2008, werden sie an einem völlig unerwarteten Ort fündig. An einem der Landebeine der Phoenix Lander, die gerade am Nordpol des Mars angekommen ist, wird etwas Seltsames entdeckt. Einige Kollegen nehmen an, dass es sich um Wassertropfen handelt, was für so eine extrem kalte Umgebung recht ungewöhnlich ist. Allerdings ist auch nicht gesagt, dass Wasser dort so vorkommt. Es könnte sehr salzig sein und hätte dadurch einen niedrigeren Schmelzpunkt und wäre stabil. Das wäre möglich. Ich kann nicht sagen, was die angeblichen Wassertropfen am Bein der Phoenix Lander nun wirklich waren. Die Wissenschaftler sind gespaltener Meinung und in den Internet-Blogs kursieren die wildesten Spekulationen. Doch letztendlich bleiben es nur Mutmaßungen. Leider sind die Aufnahmen, die wir haben, sehr unscharf, trotz höchstmöglicher Auflösung. Man möchte wirklich selbst nach da oben und ein besseres Foto davon schießen. Vielleicht werden wir diese Frage niemals klären können. Die Tropfen an dem Landebein bleiben bis heute ein Rätsel. Aber als der Roboterarm der Phoenix fünf Zentimeter unter die Oberfläche gräbt, kann er eine Prognose der Forscher bestätigen, als er auf harten, vereisten Boden trifft, der gefrorenes Wasser enthält. Anhand der Mars-Odyssee wurde vorhergesagt, dass Phoenix auf gefrorenem Boden landen würde, der mit etwas Sand bedeckt ist. Phoenix landete, prüfte es und lieferte ein weiteres Kernstück unserer Forschung, eine echte Bodenprobe. Gefrorenes Wasser hat das Phoenix-Team erwartet. Aber etwas anderes, das der Laser des Landefahrzeugs am Mars-Himmel entdeckt, überrascht sie. Schnee. Kein Kohlendioxid-Schnee, sondern Wasserkristalle, wie auf der Erde. Es schneit auf dem Mars, das ist wirklich toll. Phoenix sah zuerst, wie der Schnee hoch oben in der Atmosphäre entstand, wie er dann tatsächlich auf die Oberfläche fiel, sublimierte und sich wieder in Gas umwandelte, als die Sonne aufging. Das ist eines der ersten Male, dass wir den atmosphärischen Wasserzyklus an der Oberfläche wirklich sehen können. In diesem Fall von Gas zum Festkörper und vom festen Zustand zurück zum Gas. Währenddessen erforschen Roboterfahrzeuge die Gegend am Äquator. Spirit und Opportunity nutzen hochauflösende Bildgebungsverfahren und Spektrografie, um nach Hinweisen auf Mineralien und geologische Formationen zu suchen, die einst von Wasser gebildet wurden. Ein Tag im Leben eines Mars-Roboters beginnt, sobald die Sonne aufgeht und seine Solarzellen bestrahlt. Das weckt ihn auf. Um ihm zu sagen, was er tun soll, werden ihm von der Erde aus Funkkommandos geschickt. Diesmal fahr 10 Meter vorwärts, dann halte und dreh dich um 20 Grad und dann mach eine Panoramaaufnahme mit diesen Farbfiltern. Blick in diese Richtung. Am Ende des Tages kommt einer der NASA-Orbiter auf seiner Umlaufbahn über ihm vorbei, entweder der Mars Odyssey oder der Mars Reconnaissance. Der Roboter sendet die Daten des Tages an diesen Orbiter und der leitet sie weiter an die Erde. Während der Roboter schläft, gehen wir die ganzen Bilder und Daten, die er uns gesendet hat, durch. Wie lief der Tag? Hat er gemacht, was wir wollten? Hat er etwas Unerwartetes getan? Ist er irgendwie in Gefahr? Anfang 2008 signalisiert Spirit, dass es Probleme gibt. Sein rechtes Vorderrad steckt fest. Als das Phoenix-Team versucht, ihn rückwärts hinauszufahren, gräbt sich das verklemmte Rad mehrere Zentimeter tief in den Boden und stößt auf Kieselsäurehydrat. Wo finden wir auf unserem eigenen Planeten Kieselsäurehydrat? In hydrothermaler Umgebung. Und vielleicht ist das auf diesem anderen Planeten genauso. Die Aufregung über den Fund ist hauptsächlich darin begründet, dass eine Verbindung zu unserem eigenen Planeten besteht. Das ist ein Hinweis darauf, dass eine solche Umgebung vielleicht auch auf dem Mars existiert. Vielleicht perkt der Roboter gerade direkt über einem urzeitlichen Hotspot, ähnlich wie im Yellowstone Park. Es ist ein klassischer Zufallsfund, der die Frage aufwirft, ob es auf dem Mars gegenwärtig unterirdische thermale Aktivität geben könnte. Ist der Mars in seinem Inneren noch immer heiß? Definitiv. Er ist unmöglich vollständig erkaltet. Etwas von all der Hitze aus seiner Entstehungszeit, unter der er sich weiterentwickelt hat, ist noch da. Plus die Hitze von radioaktiven Elementen. Es gibt im Inneren des Mars definitiv noch genug Hitze, sodass heiße Flüssigkeiten zirkulieren können. Möglich, dass tief in der Kruste noch flüssiges Wasser gefunden werden kann. Wie zum Beispiel im Yellowstone Park gibt es überall auf der Erde gas- und mineralstoffreiche heiße Quellen, in denen verschiedenste Arten von Bakterien gedeihen. Könnten verborgene Thermalquellen auch auf dem Mars Leben hervorgebracht haben? Wir würden unheimlich gern elektromagnetische Sondierungsgeräte auf den Mars schicken, weil die uns wirklich sagen könnten, ob es irgendwo in der Kruste flüssiges Wasser gibt. Dann wüssten wir es endlich. Während das Spirit-Team sich Gedanken über die unterirdischen Geheimnisse des Mars macht, stößt das Phoenix-Team an der Oberfläche auf eine weitere Überraschung. Zwei Prozent des Bodens in der Umgebung der Phoenix bestehen aus Perchloraten, Verbindungen aus Chlor und Sauerstoff. Die Entdeckung von Perchloraten hat ziemliche Kontroversen ausgelöst, weil das auf der Erde sehr giftige Substanzen sind. Auf der Erde werden Perchlorate als Treibstoffe, Feuerwerkskörper und Raketen benutzt. Das war eine Überraschung, eine Entdeckung. Warum ist es dort? Wie bildet es sich? Perchlorate werfen gute neue Fragen auf, auf die es aber wohl keine definitiven Antworten gibt. An Orten wie der Atacama-Wüste in Chile entstehen Perchlorate auf natürliche Weise, wenn Chlor und Sauerstoff aufgrund der ultravioletten Strahlung der Sonne eine Verbindung eingehen. Auf dem Mars können ganz ähnliche chemische Prozesse auf der Oberfläche ablaufen. Die Details haben wir noch nicht mal auf der Erde verstanden, geschweige denn auf dem Mars. Perchlorate beeinträchtigen aber einige der Experimente, bei denen man nach organischen Substanzen, nach kohlenstoffbasierten Molekülen sucht, die in Lebensformen vorkommen. Einige Wissenschaftler überdenken jetzt noch einmal die berühmten Experimente der Viking-Lander-Sonde von 1976. Als die Viking 1976 auf der Oberfläche landete, fand man keinerlei Hinweise auf organische Substanzen. Eine der neuesten Theorien besagt, dass Perchlorate im Boden organische Verbindungen zersetzt haben könnten. Ironischerweise bei genau dem Verfahren, das man anwendete, um sie aufzuspüren, als man den Boden erhitzte. Perchlorate könnten organisches Material bei den Viking-Experimenten zerstört haben. Auf der Erde sind sie oft ein zentraler Giftstoff bei chemischen Abflüssen. Aber Perchlorate sind auch eine Energiequelle für bestimmte Bakterien. Und zwar Bakterien, die dazu genutzt werden, um Giftmüll zu zersetzen. In puncto Lebensformen sind das sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Während sich Mikroben von dem giftigen Boden ernähren könnten, könnte es für Menschen auf dem Mars tödlich sein. Wir wissen nicht, welchen Einfluss die Perchlorat-Verbindungen auf die Oberfläche haben. Es könnte dort ein überoxidierter Zustand herrschen, der zum Beispiel Astronautenanzüge zersetzen könnte. Eines ist sicher. Nach fünf Monaten Forschungstätigkeit ist die Phoenix-Mission durch einen Sandsturm bedroht, der über die Hochebene des Mars fegt und auf seinem Weg alles unter sich begräbt. In einem so heftigen Sturm ist die Phoenix-Lander verloren. When NASA's Phoenix-Lander digs into frozen water on Mars, it finds new evidence that the Red Planet could once have harbored life. But in the autumn of 2008, Phoenix's own life is about to end. On Mars, the wind comes along and it whips up the dust, which is very, very fine-grained, like flour, extremely fine-grained material. Roter Sand bedeckt die Solarzellenplatten der Phoenix. Das Sonnenlicht, ihre einzige Energiequelle, kommt nicht mehr durch. Die Phoenix-Lander verbringt sehr viel Zeit damit, ihre Batterien wieder aufzuladen. Nachts wird es sehr kalt und sie muss die Heizgeräte durchlaufen lassen, um weiter zu funktionieren. Am 2. November 2008 fährt die Phoenix zum letzten Mal ihr System herunter. Als der marzianische Winter immer härter wird, sammelt sich auf der Sonde gefrorenes Kohlendioxid an und schließt sie in ein Grab aus Trockeneis ein. Doch die gewonnenen Daten der Phoenix werden weiterhin analysiert. Zum Mars zu fliegen und dort Messungen an der Oberfläche vorzunehmen, detaillierte Daten über die Geschichte des Mars und die chemische Zusammensetzung der Oberfläche zu bekommen, war ein entscheidender Teil, um mit Sicherheit sagen zu können, dass einmal Wasser auf dem Mars existiert hat. Wasser ist eine Grundvoraussetzung des Lebens, aber laut jüngster Erkenntnisse nur eine von vielen Kräften, die den Mars geformt haben. Unser Wissen ist wie ein Footballspiel mit vier Spielzeiten. Der erste Lebensabschnitt vor 4,6 Milliarden bis 3,2 Milliarden Jahren ist turbulent. Wie die anderen Planeten formt sich Mars, als sich Gaswolken und Trümmer verbinden und dann zu einem felsigen Planeten abkühlen. Dann wird der Mars bombardiert und seine Oberfläche von Meteoriten gezeichnet. Viele Krater bildeten sich. Die gegen Ende dieser Periode entstandenen geologischen Besonderheiten deuten auf Wasser auf der Oberfläche hin. Zu den neuen Hinweisen gehört auch diese Reihe von Ausfurchungen, die 2009 vom Mars Reconnaissance Orbiter der NASA fotografiert wurden. Zum ersten Mal hat man eindeutig Formationen eines Seeufers auf dem Mars entdeckt. Dies sind die Überreste eines Sees, der mehr als doppelt so groß wie der Bodensee war. Jeder Hinweis, dass es Wasser auf dem Mars gibt oder in seiner Geschichte gegeben hat, ist wichtig, um herauszufinden, ob wir wirklich allein im Universum sind. Manche Wissenschaftler sagen sogar, dass vor dreieinhalb Milliarden Jahren ein Ozean so groß wie der Atlantik ein Drittel des Mars bedeckte. Mit ausreichend Zeit und genug Wasser ist vielleicht auch Leben auf dem Mars entstanden. Als das erste Viertel der Marsgeschichte endet, beginnt das zweite mit einem Knall. Vulkane gestalten den Planeten um. Es gab viele vulkanische Aktivitäten. Olympus Mons ist der größte Vulkan unseres Sonnensystems, also wissen wir, dass es dort in der Vergangenheit große Vulkane gab. Der Mars ist mit schwarzem, vulkanischem Basalt bedeckt. Ähnlich dem Basalt, den man in der Umgebung hawaiianischer Vulkane findet. Chemische Stoffe wie Schwefel, die von den Vulkanen freigesetzt wurden, vermischten sich mit dem restlichen Wasser. Das Ergebnis war säurehaltig, wie der saure Regen auf der Erde. Gleichzeitig scheint die Atmosphäre geschrumpft und das Wasser an der Oberfläche verschwunden zu sein. Der Verlust von Atmosphäre bedeutete, dass flüssiges Wasser auf der Oberfläche des Mars nicht länger existieren konnte. Unsere Gewässer auf der Erdoberfläche existieren nur, weil der atmosphärische Druck von oben dagegen drückt. Alles Wasser auf dem Mars verdampft oder gefriert. Im dritten Viertel seiner Geschichte beginnt sich der Mars vermutlich durch Eisenoxid rot zu färben. Rost im Sand. Nehmt man frisches Vulkangestein auf Hawaii oder Island und lässt es in der Erdatmosphäre liegen, verfärbt es sich mit der Zeit rot oder braun. Es oxidiert. Das gleiche könnte auf dem Mars geschehen sein. Im letzten Viertel seiner Geschichte fällt der Mars in einen tiefen Kälteschlaf. Es beginnen sich große Gletscher zu formen, die neue Muster in die Becken und Krater graben. Vom nassen, warmen Planeten zur kalten, trockenen Welt. Das ist die Geschichte des Mars in Kurzform, laut der jüngsten Erkenntnisse. Er hatte eine dickere Atmosphäre, Wasser, vielleicht Regen, Schnee. Er hatte all die Sachen, die uns vertraut sind. Es ist faszinierend, dass wir mit diesen Missionen in die Vergangenheit reisen und einen frühen, erdähnlichen Mars studieren können, der heute verschwunden ist. Für einstige Wasservorkommen gibt es überzeugende Anhaltspunkte. Aber dieses Satellitenbild von 2009 scheint etwas zu zeigen, das eigentlich unmöglich ist. Flüssiges Wasser, das über die Oberfläche strömt. Es könnte sein, dass Wasser, das bisher unterirdisch vorkam oder gefroren war, plötzlich hervorströmt und die Hänge der Krater hinabfließt. Diese Bilder von den Wasserläufen zu sehen, war eines der aufregendsten Ereignisse des letzten Jahrzehnts. Als ich aufwuchs, wurde mir beigebracht, dass es heutzutage auf dem Mars unmöglich stabile, flüssige Wasservorkommen geben könnte. Diese Bilder widersprechen also jeglicher physikalischen Logik. Das ist unglaublich spannend. Anfangs vermutete man, dass es schmelzendes Eis war oder dass eine wassertragende Schicht an die Oberfläche kam. Heute gibt es eine ganze Reihe verschiedener Theorien. Einer neueren Studie zufolge könnte es durch Kohlendioxid verursacht worden sein. Das Trockeneis geht in den gasförmigen Zustand über, was wiederum den Sand gleitfähig macht, sodass er anfängt zu fließen. Aber offengesagt, die Forschung dazu ist noch in vollem Gange. Einige davon konnten als Sandströme identifiziert werden. Ich hoffe nicht alle, sondern dass einige tatsächlich Wasser sind. Von urzeitlichen Ozeanen zu gegenwärtigen Wasserläufen. Die Suche nach Wasser und Leben auf dem Mars ist noch lange nicht zu Ende. Es ist eine Suche, die wie der Pfad eines Kletterers auf einer unbekannten Route voller Fehlstarts und unerwarteter Umwege ist. Und was passierte, als dieses Foto, aufgenommen unweit vom Marsäquator, viele Menschen an das hier erinnert? Könnte es auf dem Mars einst Leben gegeben haben? Mineralische Hinweise, gesammelt von Sonden wie der Spirit, sind ermutigend. Aber sie können auch völlig überinterpretiert werden. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu weit von dem entfernen, was die gegenwärtigen Daten, Experimente und Hypothesen stützen können. Aber den Menschen fällt es schwer, diese Grenze nicht zu überschreiten. 2008 zogen tausende Menschen eine unglaubliche Schlussfolgerung, als ein Foto, das die NASA-Sonde Spirit aufgenommen hatte, sich wie ein Lauffeuer im Internet verbreitete. Erinnert diese Gestalt nicht verblüffend an die, welche auf den angeblichen Fotos von Bigfoot zu sehen ist? Ist das ein Beweis für Leben auf dem Mars? Nein. Es ist ein gut fünf Zentimeter großer Stein. Es existieren bisher keine eindeutigen Beweise, dass es auf dem Mars jemals Leben gab. Genau wie die Kanäle des 19. Jahrhunderts und das Gesicht des 20. Jahrhunderts, ist der martianische Bigfoot des 21. Jahrhunderts nur eine optische Täuschung. Manchmal können die Leute nicht zwischen Fakten und Science Fiction unterscheiden. Falls es auf dem Mars Leben gibt oder gab, hat es sich wahrscheinlich sehr früh in der Geschichte des Planeten entwickelt, als der Mars noch ein Magnetfeld hatte, das ihn vor der schädlichen Weltraumstrahlung schützte. Das Gestein seiner Kruste hat uns verraten, dass der Mars früher ein Magnetfeld hatte. Bei der Verhärtung dieses Gesteins schloss ein großer Teil davon Magnetfelder in sich ein. 2008 entdeckte man, dass diese magnetischen Felsen, die es überall auf dem Roten Planeten gibt, dem Mars seine eigene Version der irdischen Nordlichter verschaffen. Für das menschliche Auge sind sie allerdings nicht sichtbar. Wenn geladene Partikel der Sonne in die Magnetfeldlinien der Erde geraten und in die Atmosphäre schießen, kommt es in eher zu einem Energieanstieg, wodurch sie anfängt zu glühen. Die Atmosphäre schießen, die Energie zu erzeugen, und dann emittet eine Glow.